Jörg Schiering, Schulleiter des Gymnasens Lohne. Heute findet wieder unser traditioneller Fastenlauf statt bei schönem Wetter. Wir veranstalten seit über 20 Jahren diesen für uns schon traditionellen Fastenlauf. Der Erlös unseres Laufs kommt in verschiedenen Projekten in Kamerun von Duras und Peru zugute und in den vergangenen 20 Jahren haben wir über 550.000 Euro sammeln können.